Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass du dir Zeit nimmst, um zu lauschen. In dieser Folge geht es um ein Erleben, das viele Menschen kennen, die Traumafolgen in ihrem Inneren zu bewältigen haben und auch im Außen. Und zwar geht es um das Phänomen, dass man sich außerhalb des Lebens fühlt. Man lebt irgendwie neben dem Leben. Man fühlt sich entweder außerhalb und dabei unlebendig oder man fühlt sich so sehr darin verwurschtelt, dass alles viel zu intensiv ist. Hier beschreibe ich also zwei Pole, die, wie gesagt, viele Menschen kennen und ich möchte diese erklären, dieses Erleben und dieses Empfinden in einen Rahmen setzen, in dem es Sinn ergibt und ich möchte ein paar Hinweise oder Inspirationen mitgeben, wie man mit diesem Erleben und Empfinden umgehen kann, sodass es sich vielleicht verändern kann. Ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse und wohltuende Inspirationen beim Lauschen. Was bedeutet es, ein erfülltes Leben zu leben? Was bedeutet es, ein glückliches Leben zu leben? Viele Menschen haben sich diese Frage schon gestellt und natürlich auch ich, sowohl für mich persönlich als auch in meiner Rolle als Traumatherapeutin. Ich denke, unterm Strich könnten viele der Antworten letztendlich so lauten. Ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben ist ein Leben, in dem wir im Moment präsent sind. Ein Leben, in dem es uns möglich ist, das, was jetzt da ist, zu genießen, das, was jetzt da ist, zu gestalten und mit dem, was jetzt da ist, auf eine Art und Weise verbunden zu sein, die uns stärkt und die uns mit dem Leben verbunden sein lässt. Für viele Menschen, die Trauma erfahren haben, besonders für jene, die früh komplex traumatisiert wurden, klingt das wie ein Heeresziel irgendwo am Ende eines Horizonts, der weit weg zu sein scheint. Menschen, die Traumafolgen tragen, erleben häufig eher das Gegenteil. Sie erleben sich nicht im gegenwärtigen Moment präsent. Wenn sie das versuchen, indem sie beispielsweise Meditation oder Stille praktizieren, werden sie eingeholt von Bildern, Empfindungen, Gedanken, die aus der Vergangenheit stammen oder die sich auf die Zukunft und die damit verbundenen Ängste beziehen. Vielleicht kennst du das, wenn du selbst betroffen bist. Dieser Satz, sei ihm hier und jetzt, komm ihm hier und jetzt an, klingt wie eine leicht gesagte Empfehlung, die wahnsinnig schwer umzusetzen ist. Menschen, die Traumafolgen tragen, kennen es, sich außerhalb des Lebensflusses wahrzunehmen. Oder sie fühlen sich vom Leben so in den Dienst genommen, dass es sich einfach viel zu intensiv anfühlt. Ich bin mittendrin, ich kann nichts tun, ich bin ohnmächtig, ich bin überwältigt, ich bin überflutet, ich bin dem ausgesetzt und solche Sätze entsprechen dann dem Erleben. Also etwas scheint hier durch die Traumafolgen aus der Balance geraten zu sein. Ich möchte dir gerne eine Analogie, ein Bild anbieten, das in der Traumatherapie und in der Beschreibung von Phänomenen wie Traumafolgestörungen verwendet wird. Es handelt sich um das sogenannte Lebensflussmodell, das Peter Levine entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob er der Urheber dieses Bildes ist. Ich kenne ihn als den Urheber und dieses Bild ist wunderbar ergänzt worden, auch von Stephen Porges und ich genieße insbesondere die Variante, die dann Woltemar Hartmann entwickelt hat. Ein wunderbarer Therapeut und Lehrer der Ego-State-Therapie. Das Lebensflussmodell ist ein ganz einfaches Bild. Stell dir das Leben als einen Fluss vor mit, wie es sich für einen Fluss gehört, zwei Uferseiten. In der Mitte des Flusses oder im Flussbett, da fließt Wasser. Das ist der Lebensfluss. Hier fließt Lebensenergie in einem Bett gehalten, strömt lebendig oder ruhig in verschiedenen Landschaften, aber ist immer am Fließen. Im Lebensfluss befinden sich auch so manche Steine und vielleicht Gegenstände, Kurven im Lebensfluss und das Wasser wirbelt dort auch einmal lebendig hin und her. Innerhalb des Lebensflusses als Analogie erleben wir uns mit dem Leben verbunden. Wir sind innerhalb unseres Stresstoleranzfensters, für das das Lebensflussmodell eine Analogie darstellt und unser Nervensystem ist also in Balance. Durch die verschiedenen Steine, die in diesem Flussbett für Wirbel sorgen, wird der Fluss zwar etwas aufgewühlt und bewegt, jedoch entwickelt er dadurch einen noch lebendigeren Fluss. Hier ist ein Sinnbild für Ressourcen und für Wachstum im Leben durch den lebendigen Lebensfluss. Außerhalb des Flussbettes sind also zwei Uferseiten. Und wenn du dir vorstellst, auf den Fluss draufzuschauen aus einer Vogelperspektive, dann stell dir zunächst einmal das obere Ufer vor, das, was Richtung Norden zeigt. Wenn nun zu große Steine im Lebensfluss landen, also vielleicht Lebensereignisse, die sehr schwerwiegend sind und die den Lebensfluss in seinem Fluss ablenken und beeinflussen, dann kann es passieren, dass Wasser über die Ufer tritt. Außerhalb des Lebensflusses entstehen dann Fließströme oder Strudel. Dieses nördliche Ufer des Flussbettes steht für den oberen Rand des Stresstoleranzfensters. Hier ist also die Erregung hoch. Wir sind hochgradig gestresst, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Hier herrscht Chaos. Wenn wir in diesen Bereich geraten, außerhalb des Lebensflusses, dann ist das entsprechend der Empfindung von Überforderung, jenseits des Flusses zu sein, einfach nur noch in Strudeln gefangen zu sein, außerhalb von einem schützenden oder haltgebenden Flussbett. Hier in dieser Region des Chaos erleben wir also einen Verlust von Struktur, einen Verlust von Halt und haben das Gefühl und die Empfindung, dass das Leben generell überfordernd ist. Wir erleben uns außerhalb des Lebensflusses nicht mehr im Fluss, sondern gebeutelt. Hier erleben wir also ein Höchstmaß, ein hohes Maß an zu viel Lebensenergie und Zugkraft. Genauso kann das Wasser aber auch auf der südlichen Seite des Flusses über die Ufer treten. Und hier sehen wir dann eine Analogie für eine andere Qualität von Strudel. Auf dieser Seite des Flussbettes hat der Strudel eher eine starre Qualität. Die Qualität, uns in die Dissoziation zu ziehen, in das Gefühl von zu wenig. Vielleicht so, als würde dort außerhalb des Flussbettes ein Sumpf entstehen durch das Wasser, das über die Ufer tritt. Eine Region, ein Sumpf, in dem man auch keinen Halt mehr spürt, in dem man immer das Gefühl hat, zu versinken oder festzustecken im Schlamm. Hier auf dieser Seite des Flussbettes haben wir eher die parasympathische Untererregung, wenn unser Dorsalavagus aktiv ist. Du findest natürlich in den Shownotes Hinweise auf andere Podcastfolgen, in denen ich ein paar Grundlagen erzähle zu dem, worauf ich mich gerade beziehe. Du findest also Shownotes zur Polyvagal-Theorie und auch ein paar andere passende Folgen, die diese hier gut ergänzen. Auf der nördlichen Flussuferseite haben wir also das Chaos, das zu viel, das überwältigende außerhalb des Lebensflusses strudeln. Auf der südlichen Seite erleben wir also Rigidität und Starre, Untererregung, Feststecken. Diese Position ist eine Position, die ganz interessant ist zu beleuchten und zu verstehen. Und ich habe über diese Seite des Lebensflusses auch schon viel gesprochen, als ich beispielsweise über Depression als Traumafolge gesprochen habe. Auch dazu findest du die passende Folge in den Shownotes. Auf diesen Aspekt möchte ich jetzt noch etwas genauer eingehen. Wenn wir also auf der südlichen Seite sozusagen des Lebensflusses oder am unteren Rand des Stresstoleranzfensters herausgepurzelt sind in die Starre und Rigidität, dann hat das starke Auswirkungen auf unser Leben. Es kann sein, dass diese Rigidität, die in einem starken Kontrast steht zu dem Chaos auf der anderen Uferseite, sich in ganz subtilen Dingen im Alltag zeigt, die aber viel Kraft und Lebensqualität kosten. So zeigt sich diese Starre und Rigidität in einer latenten Unlebendigkeit. Das heißt, wir erleben uns außerhalb des Lebensflusses, wie es in diesem Bild schon ganz deutlich rüberkommt und manchmal wie von einer Plexiglasscheibe abgeschottet von der Lebensenergie, die im Lebensfluss fließt. Dieses Empfinden kann sich also anfühlen wie ein Außerhalbstehen, ein Aus-dem-Leben-Geworfen-Sein, ein generelles Nicht-Dazugehören, ein Gefühl von einer großen Schwelle oder einer Barriere und das Nicht-Reinspringen oder Reinkommen-Können ins Leben, also auch ein Gefühl von Unvermögen und Ohnmacht wirklich teilzuhaben. Das ist oft sehr quälend und mit einem tiefen Gefühl von Einsamkeit verbunden. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge. Manchmal äußert sich diese Starre und Rigidität aus der dorsobagalen Erregung auch darin, dass wir beispielsweise sehr unflexibel werden in unserem Leben. Dass die Rigidität im Nervensystem sich tatsächlich auch als Rigidität im Denken und Handeln zeigt. Das kann sich so äußern, dass manche Menschen vielleicht gar nicht in der Lage sind oder sich dagegen sträuben, irgendetwas Neues auszuprobieren. Rigidität gibt Sicherheit in dieser Prägung des Nervensystems. Darin kenne ich mich aus, darin fühle ich mich einigermaßen sicher. Und wenn ich jetzt in meiner Lieblingspizzeria nicht an meinen Lieblingsplatz kann, dann wird mich das wirklich stressen. Ich werde vielleicht wütend, ich fühle mich vielleicht nicht gesehen, ich werde vielleicht ganz verschlossen und plumpse in ein Gefühl von Fehl am Platz sein oder nicht hierher gehören, ausgeschlossen sein, nicht gesehen sein, was auch immer sich in der Rigidität bereits an drunterliegenden Glaubenssätzen entwickelt hat. Es kann sein, dass mein Denken, mein Fühlen, mein Erleben so rigide geworden ist außerhalb des Lebensflusses, dass ich nicht in der Lage bin, kleine Dinge zu verändern. Dass ich kein Interesse zeige und keine Bereitschaft zeige, etwas Neues zu entdecken, wie beispielsweise eine neue Pizzeria. Für Menschen, die das aus dem Außen miterleben, ist das häufig ganz befremdlich. Dann scheint es so, als wäre jemand in irgendeiner Weise vielleicht lustlos oder verklemmt oder irgendwie einfach wahnsinnig unflexibel. Und häufig wird das dann interpretiert als eine Schrulligkeit oder als eine Unfreundlichkeit, als eine Zurückweisung oder Ablehnung. Und häufig verstehen wir nicht direkt, dass sich in diesem Verhalten und diesem Empfinden ein dysreguliertes Nervensystem zeigt. Ein Nervensystem, das außerhalb des Lebensflusses eingerastet ist. Das durch Rigidität übermäßige Struktur und Festhalten an bekanntem Sicherheit generiert. Wenn wir das von uns selbst kennen, dann kann es gut sein, dass wir sogar selbst darunter leiden, weil wir das Gefühl haben, schnell überfordert zu sein von Angeboten des Lebens, unserer Freunde, unserer Weggefährtinnen und Weggefährten oder unserer Partnerinnen und Partner. Wir haben dann das Gefühl, irgendwie nicht zu wollen. Vielleicht gar nicht sagen zu können, warum wir nicht wollen. Aber irgendwie ist diese Idee einfach nicht gut. Lass es uns doch einfach lassen oder lass es uns so machen wie immer. Ich sagte gerade schon, dass wir, wenn wir davon betroffen sind, selbst oft gar nicht sagen können, warum wir etwas nicht wollen. Das schafft natürlich neue Probleme, weil wir keine Antwort darauf haben, wenn wir gefragt werden, ja warum willst du nicht mal ein anderes Reiseziel auswählen? Warum möchtest du immer das Gleiche wiederholen? Wieso bestellst du dir immer das gleiche Essen oder wieso möchtest du immer zur gleichen Zeit das Gleiche tun und immer und immer wieder wiederholen, statt Neues zu entdecken? Dieses, ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ich nicht, ist Ausdruck dieser Rigidität im Nervensystem. Da ist nicht mal die Flexibilität vorhanden, darüber nachzudenken, wie es anders wäre. Und das hat nichts mit Sturheit zu tun, das hat nichts mit einem mangelnden Willen zu tun, das hat nichts mit Schrulligkeit oder mit einer Charakterschwäche zu tun, sondern das hat mit einem geprägten Nervensystem zu tun. Die Rigidität am unteren Bereich oder außerhalb des Stresstoleranzfensters oder außerhalb des Lebensflussmodells ist etwas, was wir uns nicht aussuchen und ist etwas, was wir verstehen sollten. Rigidität, Unflexibilität, ein scheinbarer Mangel an Offenheit für Neues ist etwas Belastendes. Es ist etwas, was Unlebendigkeit erzeugt, was ein Gefühl, ein Empfinden, ein Erleben und auch ein Gestalten sozusagen von Starre im Leben bedeutet. Es wäre so schön und es ist sehr schön, wenn es gelingt, aus dieser Rigidität herauszukommen und wieder mehr Wasser in den Lebensfluss fließen zu lassen. Genauso ist es wunderbar und erstrebenswert, aus dem oberen Bereich außerhalb des Stresstoleranzfensters wieder zurückzukommen und von dem nördlichen Ufer des Lebensflusses wieder in den Fluss zurückzukehren. Auch auf dieser Seite des Lebensflusses sind wir außerhalb des Lebensflusses und in dem Chaos, was dort herrscht, haben wir zwar nicht die Schwierigkeiten, die wir auf der anderen Seite des Ufers haben, aber wir haben auch hier einiges, womit wir zu kämpfen haben. Hier auf der anderen Seite des Lebensflusses im Chaos fehlt es an Struktur, fehlt es an dem, was wir auf der unteren Seite am unteren Ufer zu viel haben. Hier sind wir in chaotischen Strudeln gefangen, in der chronischen Übererregung unruhig getrieben, gehetzt, gar nicht in der Lage, immer mal wieder das Gleiche zu tun, eine Routine zu finden, uns in einem Rhythmus oder in einer Gleichförmigkeit zu entspannen. Innerhalb des Lebensflusses haben wir von alledem genau das richtige Maß. Wir sind dann in der Lage, statt rigide zu sein, eine lebendige Struktur zu leben. Wir haben dann die Möglichkeit, statt in einer ständigen Unruhe zu sein, ein lebendiges Maß an Flexibilität zu leben. Innerhalb des Lebensflusses sind wir also in Balance und außerhalb des Flusses an den jeweiligen Ufern, die von Wasser geflutet werden, sind wir aus der Balance und entweder in zu viel Chaos oder zu viel Rigidität. Diese Pole von Chaos und Rigidität finden sich übrigens in den Basisausführungen des Stresstoleranzfensters von Daniel Siegel wieder. Seine einfachste Beschreibung des Stresstoleranzfensters ist die, dass wir in der Mitte des Fensters mit unseren Ressourcen verbunden und in Balance sind. Am oberen Ende, außerhalb des Fensters sind wir im Chaos und unterhalb des Stresstoleranzfensters sind wir in der Rigidität. Wie kann es uns denn gelingen, von diesen beiden Uferseiten, wo wir außerhalb des Lebensflusses stehen, wieder mehr in den Lebensfluss zu finden? Es gibt dazu zahlreiche Möglichkeiten und vieles davon findest Du in vergangenen Podcast-Folgen. Das Zauberwort lautet Selbstregulation und das Zauberwort, was sich hinter der Selbstregulation verbirgt oder was in ihr als Kern zugrunde liegt, ist Verbundenheit. Außerhalb zu sein, bedeutet unverbunden zu sein, überwältigt oder abgeschnitten zu sein. Innerhalb des Fensters, also reguliert zu sein, innerhalb des Lebenslusses zu sein, bedeutet verbunden zu sein. Also kannst Du ganz einfach zusammengefasst alles nutzen, was Dir hilft, Dich verbunden zu fühlen. Wenn Du eher am oberen Ufer gestrandet bist, in strudelndes Chaos, dann kannst Du vielleicht beginnen, Dich mit Dingen zu verbinden, die Dir helfen, mehr Rhythmus zu spüren. Versuche beispielsweise, einen regelmäßigen Schlafrhythmus zu entwickeln, in etwa zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen und Dich darauf abends vorzubereiten. Lege Dir ein angenehmes Morgenritual zu, das Dir hilft, tagsüber, also am Morgen in Deinen Rhythmus zu finden. Orientiere Dich an Dingen, die rhythmisch sind. Vielleicht tut es Dir gut, Dich viel mit der Natur zu verbinden oder mit Musik zu verbinden, mit dem, was Rhythmus hat. Rhythmus ist gewissermaßen ein Ausdruck von Struktur. Alles, was Dir hilft, sanft und ohne Zwang Struktur zu entwickeln, kann richtig hilfreich sein, um aus der Übererregung, aus den strudelndes Chaos wieder mehr in Richtung Lebensfluss zu wandern. All die Übungen zur Selbstregulation können helfen, denn auch sie richten sich immer in gewisser Weise an die Strukturen, die da sind. Beispielsweise die Übung, Dich mit der Schwerkraft zu verbinden, ist eine Übung, die Dich mit einer ganz grundlegenden Struktur in diesem Universum verbindet. Nämlich der Struktur, hier und jetzt der Schwerkraft, immerzu jeden Tag gleich sozusagen ausgeliefert beziehungsweise Ihr anvertraut zu sein. Du findest eine ganze Playlist mit Regulationstechniken auf meinem YouTube-Channel oder in meinem kostenlosen Membership-Bereich. Auch hierzu findest Du einen Link in den Shownotes. Wenn Du eher am anderen Ufer gestrandet bist, in dem Sumpf der Rigidität und Starre, dann können Dir Dinge helfen, die Dich ein bisschen mehr einladen, langsam und ohne Druck flexibler zu werden. Vielleicht kannst Du etwas in Deinem Rhythmus verändern oder Dir eine Struktur und einen Rhythmus schaffen, der mehr Lebendigkeit enthält. Beispielsweise indem Du eine kleine, aber ganz bewusste Bewegungseinheit an den Anfang Deines Tages stellst. Oder indem Du eine Reflexionsaufgabe zur Innenschau an das Ende Deines Tages stellst. Um von hier aus wieder mehr Richtung Lebenslust zu kommen, hilft es, sich mit all dem zu verbinden, was lebendig ist. Schau, dass Du Dich mehr mit der Natur, mit Menschen oder Tieren verbindest und weniger mit Buchstaben, Zahlen oder technischen Geräten. Schau, dass Du Dir Möglichkeiten schaffst, wahrzunehmen, wie lebendig die Welt um Dich herum ist. Vielleicht kannst Du beginnen, etwas zu beobachten, wie sich die Natur bewegt, wie sich Tiere in der Natur bewegen, wie der Wind durch die Baumwipfel streift oder wie Vögel zwitschern. Vielleicht fühlst Du Dich in diesem Moment immer noch außerhalb vom Lebensfluss, aber Du öffnest Deine Wahrnehmung in diesem Moment bewusst für das ganz natürliche, flexible Fließen. Dich damit zu verbinden, ist Information für Dein Nervensystem. Dich darauf einzulassen, Dich darauf ein wenig zu konzentrieren, ist wie Futter für Dein Nervensystem, für Deine Wahrnehmung, für Deine sogenannte Neurozeption, die Dir in diesem Moment dann möglich macht, wahrzunehmen, dass der Lebensfluss nicht gefährlich ist. Hierzu ist vielleicht noch gut zu ergänzen, dass wir meistens erst im Sumpf der Starre und der Rigidität landen, wenn wir zu sehr in den Strudeln des Chaos stecken geblieben sind und dann mit Wucht auf die andere Seite rübergeschwappt sind und dort aus der Übererregung in die Erstarrung geplumpst sind. Also ist häufig das Gefühl da, dass der Lebensfluss wieder ganz schnell zu Chaos führt und deswegen ist man in der Starre sozusagen als Schutzmechanismus zu Hause. Es geht hier also darum, wieder zu lernen, dass der Lebensfluss, der ursprüngliche mittige Lebensfluss zwischen den Ufern im sicheren Flussbett nicht gefährlich ist. Dass es hier zwar auch Wirbeln und Stromschnellen gibt, aber in einem festen und sicheren Rahmen. Alles, was Dich also mit Lebendigkeit, die sicher ist, wieder verbindet, kann Dich unterstützen. Tätigkeiten, die Dich einladen, flexibel und spielerisch zu sein, die Deinen Körper dafür öffnen, mehr Flexibilität zu erleben, können hier hilfreich sein. Schau doch gerne einmal, was Dir dazu einfällt, wenn Du ein bisschen drüber nachdenkst. Also, ich habe nun einiges beschrieben, was Du von mir schon in anderen Bildern mit anderen Worten möglicherweise gut kennst. Worauf ich in dieser Folge besonders hinaus wollte, ist, dass ein Gefühl von Unlebendigkeit außerhalb des Lebensflusses sein, starr und rigide sein oder zu sehr im Chaos zu sein. Alles Ausdruck ist oder Ausdrucksformen sind für dysregulierte Nervensysteme, für Traumafolgen und dass wir mit dem Bild des Lebensflusses ein Bild gestalten können, das uns hilft, uns wieder zu orientieren. Ich möchte Dich zum Schluss dieser Folge einladen, einmal zu reflektieren, an welchem Ufer Du Dich vielleicht am ehesten befindest. Vielleicht, und das hoffe ich sehr und wünsche ich Dir von Herzen, bist Du bereits mitten in Deinem Lebensfluss wieder am Paddeln, am Schwimmen, am Dich treiben lassen. Das wäre wirklich wunderschön. Dann könntest Du Dich fragen, wo landest Du, wenn das Leben Dir Stress macht? Landest Du eher im Chaos innerlich oder landest Du eher in der Starre und Rigidität. Und dann lade ich Dich ein, Dir gerne einmal Zeit zu nehmen, Dir zu überlegen, was könnte Dir helfen, welche Ressourcen, welche Kraftquellen könnten Dir helfen, entweder von oben wieder mehr in den Fluss zu steigen oder vom unteren Ufer wieder mehr in den Fluss zu finden. Ich wünsche Dir in diesem Sinne bei dieser Forschung in Deinem Inneren wertvolle Erkenntnisse und dass Du in Dir den Funken spüren kannst, der Dich dazu motiviert, aus der Starre in die Lebendigkeit zu finden oder dass Du den tiefen Atemzug findest, der Dir hilft, aus der Übererregung und aus dem Chaos wieder mehr in Fluss und Frieden zu finden. Vielleicht möchtest Du Deine Erkenntnisse teilen, entweder in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe der Transformationsinsel oder auch in den Kommentaren unter dem YouTube-Video, wo Du vielleicht lauschst oder auf meinem Instagram-Kanal. In jedem Falle kann es sehr gut tun, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Ich danke Dir also herzlich fürs Lauschen und hoffe, dass Dir diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich von Herzen, wenn Du meinen Podcast weiter empfiehlst, wenn Du Dich, wie gesagt, austauschst oder wenn Du meine Arbeit unterstützt. Das kannst Du tun, indem Du dort, wo Du lauschst, eine positive Bewertung dalässt, ein Sternchen oder eine Rezension. Wenn Du auf YouTube meinen Kanal abonnierst und unbedingt auch die Glocke aktivierst, damit Du auf dem Laufenden gehalten wirst. All das erhöht die Sichtbarkeit dieser Podcast-Folge. Und jetzt habe ich noch eine kleine Einladung für Dich. Und zwar haben wir, wie Du vielleicht mitbekommen hast, meinen Online-Kurs Frieden für Dich und Dein inneres Kind neu aufgelegt. Wir haben einige Verzögerungen bei den Versandaktionen unseres Workbooks gehabt, sodass wir das Live-Event, die Q&A-Session zum Kurs noch einmal um ein paar Wochen verschoben haben. Wenn Du also jetzt noch einsteigen möchtest in den Kurs, den Du zu jeder Zeit buchen und für Dich gestalten kannst, dann kannst Du die Q&A-Session live noch mitnehmen. Diese findet am 24. April um 20 Uhr statt. Du kannst Dich also jetzt anmelden, um dann live dabei zu sein. Du kannst den Kurs aber auch zu jeder Zeit später in Deinem Leben genießen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dabei bist. Der Kurs ist reichhaltig und tiefgehend und hilfreich und liebevoll und traumasensibel gestaltet. Den Link zur Anmeldung findest Du auch in den Shownotes. Damit Du keine Neuigkeiten verpasst, lade ich Dich von Herzen ein, Dich zu meinem kostenlosen Newsletter einzutragen. Hierzu findest Du auch einen Link in den Shownotes. So, genug davon nun. Wie gesagt, ich danke Dir für Dein Lauschen. Ich hoffe, dass Du Wertvolles für Dich daraus mitnehmen konntest und ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist. Von Herzen alles Liebe zu Dir. Wie schön, dass wir verbunden sind. Bis bald. Tschüss.